Ein Mitarbeiter der Deutschen Bank in London hat einem Zeitungsbericht zufolge 6 Milliarden Dollar, 5,3 Milliarden Euro, an einen US-Hedgefonds überwiesen, aus Versehen. Grund war offenbar ein sogenannter Fat-Finger-Fehler, das heißt beim Tippen auf der Tastatur wurde mit dem sprichwörtlichen dicken Finger aus Versehen zu häufig auf den Null gedrückt. Der Fehler sei schnell bemerkt worden, das Geld war demnach am nächsten Tag wieder bei der Bank. Verursacher war demnach ein recht neuer Mitarbeiter in der Abteilung für die Wiesenhandel, sein Chef war in Urlaub.